Hallo Leute, ich grüße euch. Ich wollte euch gerade mal zeigen, was ich hier draußen esse, wenn ich mir jetzt nichts besonderes koche hier draußen, sondern nur eine einfache Vesperpause mache. Ich habe hier Brötchen mit dabei, habe mir hier Seidenwürstchen gekocht und werde jetzt die Brötchen belegen mit den Seidenwürstchen, bisschen Senf drauf hier, leckerer Bautzener Senf, bisschen Zwiebeln drauf und das war's schon. Dazu hier einen leckeren Fichtennadeltee und dann bin ich glücklich. So, schneiden wir unser Brötchen mal hier auf. Etwas Zwiebel schälen. Und Brötchen belegen. Einmal die Wurst, Zwiebeln, ach Tomate habe ich ja auch noch. Das Messer ist echt ultrascharf. Super. So macht es Spaß hier draußen. Etwas Senf. Neun. So. Und fertig. So einfach geht es. Mahlzeit, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. So. 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 Vielen Dank.